Florence Imboreisen und Beatrice Eckli planen nach vielen stressigen Arbeitstagen einen entspannten Ausflug. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schandfläche Abonnieren, um die Neuesten Nachrichten von uns zu behalten. Florence Imboreisen und Beatrice Eckli, eines der bekanntesten und beliebtesten Paare der Schlager-Musikbranche, beschlossen, sich nach extrem harten und stressigen Arbeitstagen etwas Zeit zum Ausruhen zu gönnen. Die beiden planen gerade eine entspannende Reise und diese Herausforderung wird für sie eine großartige Gelegenheit sein, sich zu entspannen, neue Kraft zu tanken und ihre Liebe zu stärken. Florian und Beatrice hatten in letzter Zeit einen ziemlich vollen Arbeitsplan. Florian als eine der Top-Moderatoren der Show und Beatrice mit ihrer schnell wachsenden Musikkarriere hatten nicht viel private Zeit. Daher ist die Planung dieser Reise für sie eine wertvolle Gelegenheit, die gemeinsame Zeit zu erleben und zu genießen. Die beiden begannen, nach möglichen Zielen für ihre Reise zu suchen. Es wird erwartet, dass sie friedliche und poetische Orte wählen, an denen sie die Natur und den ruhigen Raum genießen können. Zu den Optionen gehören Dörfer inmitten übiger grüner Fänder, ruhiger Stränder und wunderschöner Berggebieter. Wichtig ist, dass sie die Zeit haben wollen, private Momente zu genießen, abseits der Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit. Diese Reise ist für Florian und Beatrice auch eine Gelegenheit, mental neue Energie zu tanken. Bei stessigen Arbeitsabläufen und Ruhm brauchen sie alle etwas Zeit, um sich zu entspannen und mit einem erfrischten Geist zurückzukommen. Dies kann ihnen helfen, neue Innovationen in Musik und Kunst zu schaffen und ihre Beziehung zu stärken. Langfristige Reisen könnten eine Herausforderung für die Beziehung zwischen Florian und Beatrice darstellen. Es kann jedoch auch eine Gelegenheit für sie sein, einander besser kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und die Reise ihrer Liebe voranzutreiben. Deshalb haben sie beschlossen, sich dieser Herausforderung gemeinsam zu stellen und es wird eine wertvolle Erfahrung sein. Florian Simper Reisen und Beatrice Eckley freuen sich auf ihre entspannte Reise, bei der sie gemeinsam die Zeit alleine genießen und neue Energie tanken können. Dies ist auch eine Gelegenheit für sie, Beziehungen aufzubauen und mehr voneinander zu erfahren. Wir hoffen, dass diese Reise viele unvergessliche Erinnerungen mit sich bringt und ihre Liebe stärker macht.